Hallo, Joa, ich bin Kükenler mit recht herzlich willkommen auf dem Wollsekanal zurück zum Checkout Party World. Wir haben ja letztes Mal die ersten beiden echt überlebt. Und dann schauen wir mal, wie es uns heute in Nacht reingeht. Ja. Surprise, surprise. Was kommt auf uns zu? Mal schauen, was für Charaktere jetzt noch kommen. Theo! Theo! Das ist doch der Theo! Really? Really? Jesus, rechts. What the fool! Ja, Leute, jetzt wird es aber interessant, he? Er ist noch da. Jesus! Der Theo! Also, voll war es der Theo! Der ist doch vorhin schon durch die Tür gekommen. Wieso kommt er jetzt durch die Lüftung? Ampel, lieber Bull. Na, das kann ja heiter werden. Recht. Checker kommt nicht. Hören. Hören. Crazy. Fuck, ich will das Spiel. What? Bieso? Hä? What? Äh, jetzt bin ich ein bisschen ko- Äh, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich hab doch gar nichts falsch gemacht, oder? Shut up. Muss ich mal hören hier. Ist er durch die Tür gekommen? Nee. Kann nicht sein, oder? Das Spiel verarscht mich doch, oder? Ah, jetzt wird ich mal sauer. So geht's nicht. Also, hallo? Böse. Können wir doch nicht machen, oder? Wir haben's geschlossen. Er ist nämlich ja immer noch da. Gott sei Dank haben wir noch zu, ne? Wir haben's ja nicht... Wir haben's ja nicht wieder aufgemacht. Komisch. Mysteriös. Das Spiel. Aber ich mag's trotzdem. Auch wenn's mich jetzt gerade hier ein bisschen verarscht hat. Verstehst du? Noé, die sind fast knapp. Wo kommt die auf einmal her? Wo kommt die auf einmal her? Ich höre doch da Geräusche. Er hier. Der war das nämlich auch vorhin. Äh, weil... Ich hab bald kein Flashlight mehr. Seht ihr das? Ich hab bald kein Flashlight mehr. 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 Es kommt doch noch Chica. Scheiß, die waren dann. Kein Flashlight mehr. Hören. Crazy. Vielleicht kann ich auch ein, zweimal Flashlight machen. Aber dann ist rum. Ich hab schon wieder getappelt. Ich hab schon wieder getappelt. Ich hab schon wieder getappelt. Fieses. Das lag mir nie. Oh. Doch... Er hat volle Konstellation. Ich ziehe euch nach hier. Meine Batterie ist im Arsch. Also wenn ich das noch hinhau, dann mach ich drei Kreuze und vier Striche. Bitte nicht. Hey, verurscht mich jetzt bloß nicht. Den hätten wir. Der kommt nicht mehr. Könnte höchst noch mal Chica kommen. Und dann ist das ja scheiße, ne? Ich hab nur noch einen Balken und den hab ich schon seit Ewigkeiten. Really? Mach mich nicht schwach, bitte. Please, please. Don't do that to me. Bitte, please. Das könnt ihr hinhauen. Ja. 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 Ich muss in die andere Richtung laufen. Why do you hurt me? Ist das crazy oder? Ich hoffe es klappt. Wenn nicht, es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Part. Nacht 3 haben wir ja schon überlebt. Jetzt sind wir ja bei Nacht 4. Ist das crazy? Hallo, ihr werdet. Heute besuchen wir unser neuerst Mitglied der Familie. Lowe Bitt. Tomorrow, diese Anwendung in animatroniktechnologie wird sie großartig. Also ist es wichtig, dass sie bereit sind. Lowe Bitt ist sehr sensitiv zu elektronik. Wir hätten uns auch noch im Schrank verstecken können zur Not. Verstehst du? Zur Not. Zur Not können wir uns im Schrank verstecken. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Komm du Neuer. Du Sack. Crazy. Chica kommt. Der Wind. Ich weiß. Chica ist noch da. Crazy. Hehehehehehe. Hat er gesagt, er kann mich verarschen, der kleine Mann. Aber nicht mit mir. Mal schön hören. Crazy. Einfach ein cooles Spiel. Und diese Musik. So. Deprimäßig. Geil. Einfach geil. Endgap. Du musst ja, äh. Du bist echt nicht. Ich hab doch gewusst, er ist noch da. Die blöde ist ja erst gekommen. Ich komm. Ich komm auch halt. Ja. Ich kann. Ich hab. Ich. Äh. What? Hallo? Ich. Ich komm nicht mehr. Er hat mein. Jetzt sind wir am Arsch. Er hat mir mein. Mein Ding. Mein Mut. Mein Monitor kaputt gemacht. What? Thank you. Oh lord. What about me? Mercedious man. Oh. Shit. Warum? Warum hat er mir mein Monitor kaputt gemacht? Ich konnte nicht meinen Monitor. Zum Wank schließen. Naja. Ich werd die Firma noch mal probieren. Das war ein weiterer Part von Chica's Party World. Nach drei haben wir ja überlebt. Immerhin. Was ne? Ich bedanke mich bei euch für zu sehen. Wird mich freuen, wenn ihr ihn wieder einschalten würdet auf einem Rost-Kanal. Schreibt was in die Kommentare. Bewertet dieses Video. Und falls ihr noch kein Abo habt. Abonniere aufs Kipp drücken. Press the head button. Subscribe my channel. Ansonsten. Genieter's Leben. Enjoy life. Habt Spaß miteinander. Faut in it. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö. Bye bye. Uh.